Kurzhantellen über dem Kopf zusammenführen, Beine beugen und leicht über Schulterbreite auseinanderstellen. Die Arme sind geöffnet und leicht angewinkelt, sodass die Hantellen eine Achse mit den Schultern bilden, den Ellenbogenwinkel unverändert beibehalten und die Hantellen so weit anheben, bis sie eine vertikale Linie mit den Schultern bilden. In die Ausgangsposition zurückkehren. Untertitelung des ZDF, 2020